Musik Lass uns beten, bevor wir beginnen. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir ehren dein Wort. Wir schätzen dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns freisetzen. Halleluja. Es ist immer die Wahrheit, die, wenn sie in unser Leben hineindringt, uns komplett verwandelt. Deswegen danken wir dir, Vater, dass du uns von Tag zu Tag verwandelst. Halleluja. Von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Danke, Vater, dass dieser Erneuerungsprozess unseres Sinnes nie abgeschlossen ist, sondern dass er konstant voranschreitet und dass wahre Verwandlung stattfindet. Nicht einfach bloß äusserliche Veränderung, sondern Herzenstransformation. Herzensverwandlung durch dein Wort der Gnade. Wir erheben dich dafür. Wir danken dir. Thank you, Jesus. Amen. Und Amen. Halleluja. It's all about Jesus. Okay? Wir müssen das immer vor... Ihr dürft euch setzen. Wir müssen es uns immer vor Augen halten. Erinnerst du dich? Auf dem Berg der Verklärung? Erinnerst du dich, wie dort in Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung, als Jesus verklärt wurde? Und zwar vor den Augen des Petrus, des Jakobus und des Johannes. Und sie stiegen auf diesen Berg hinauf. Und Jesus wurde verklärt und zwei Gestalten sind ihm erschienen. Zur rechten und zur linken. Einer war Elia und einer war Mose. Und zwar, das sind die populärsten Figuren. Patriarchen sozusagen. Im Judentum. Und sie erschienen ihm dort. Und der himmlische Vater spricht vom Himmel. Und er sagt und bestätigt ihn, seinen lieben Sohn, er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ihn sollt ihr hören. Ihn sollt ihr hören. So, wen hören wir? Wen sollten wir hören? Wir sollten immer Jesus hören. Halleluja. Wir sollten immer Jesus hören. Mose steht da als Repräsent für das Gesetz. Für die Gesetzgebung. Denn das Gesetz ist gekommen. Ist durch Mose gebracht. Das Gesetz kam durch Mose. Somit steht er da als Vertreter der Gesetzgebung. Elia, als Prophet, steht da als Vertreter von der Gesetzeswiederherstellung. Denn das war der Job des Propheten. Das war die Aufgabe der Propheten in dieser Zeit. Dass sie immer wieder das Volk zurückbrachten und wieder unter das Gesetz brachten. Das heisst, sie haben das Gesetz immer wieder hergestellt. Mose hat es gegeben. Und die Propheten haben es immer wieder zurückgebracht. Wieder hergestellt. Deswegen sind die zwei Vertreter da. Mose und Elia. Aber Gott sagt nicht, hört Mose, hört Elia und dann hört Jesus. Sondern Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Hört ihn. Hear Jesus. Wir sollen Jesus hören. Halleluja. Und wenn wir Jesus beginnen zu hören, dann wird unser Leben komplett verwandelt. Es wird nicht nur verändert, es wird komplett verwandelt. Weil wir sollten nichts anderes hören als Jesus. Halleluja. Deswegen in allem, was wir sehen, in allem, was wir anschauen in der Bibel, dort wollen wir immer, Halleluja, Jesus sehen. In jeder Geschichte. In jedem Ritual im Alten Testament. In jedem Ort. An jedem Ort. In jeder Begebenheit. Halleluja. Wo wir Jesus sehen. Preis dem Herrn. Ich erinnere mich an die Geschichte von, wir werden das einmal dann genauer noch anschauen. An die Geschichte von König David. König David, als er den Tempelplatz kaufte. Da geht er zu Arauna. Und in dieser Zeit war das noch ein Dreschplatz. Dort hat man den Weizen gedroschen. Ein grosser Platz. Und auf diesem Dreschplatz, das wurde dann der Tempelplatz, das wurde der Platz der Anbetung. Dann später zur Zeit Davids. Und David kam zu Arauna, dem Besitzer dieses Tempelplatzes. Und er sagt, ich will diesen Tempelplatz von dir kaufen. Arauna sagt, nicht doch, ich will ihn dir schenken, werter König. Aber David sagt, nein, 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 ich will den Platz hier, wo wir anbeten werden. Ich will ihn zum vollen Preis von dir abkaufen. Zum vollen Preis. Zuerst wollte Arauna, der den Platz besass. Er wollte ihn gratis geben. Er wollte ihn kostenlos geben. Aber David sagte, nein, es kostet mich was. Es hatte einen Wert für ihn. Und so kaufte er ihm diesen Tempelplatz ab. Und er hat so den vollen Preis bezahlt. Denn David sagt, ich will dir den vollen Preis bezahlen. Jesus hat den vollen Preis für uns bezahlt. Ein grossartiges Bild, ein weiteres Bild von Jesus. Siehst du, wir sehen Jesus auf jeder Seite in der Bibel. Als David sagt, ich will dir den vollen Preis zahlen. Ehe ich dir den vollen Preis nicht gezahlt habe, werde ich nicht weggehen. Er liess es sich nicht schenken. Jesus ist für uns geschenkt, ist an uns geschenkt. Aber Gott kostete es etwas, den Preis zu bezahlen. Was kostete es ihn? Es kostete ihn das Blut und das Leben seines geliebten Sohnes. Deswegen sagt er, hört ihn. Seht ihr, niemand anders hat jemals den Preis bezahlt mit seinem Leben. Den Preis, den man für die Erlösung der Menschheit zahlen kann. Mose hat nicht den Preis mit seinem Leben bezahlt. Der Mann lebte eine volle Lebenslänge. 120 Jahre alt wurde er. Elia hat nicht den Preis mit seinem Leben bezahlt. Denn der Mann wurde entdrückt. Der Mann wurde einfach Bye-bye. Er hatte keine Todesschmerzen. Er lag nicht im Bett. Er hing nicht an 15 Schläuchen. Sondern er wurde einfach genommen. Weder Mose noch Elia haben den Preis bezahlt. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Deswegen, die Zeit ist da, um nicht das zu hören, was vergangen ist, sondern das, wofür jemand den vollen Preis bezahlt hat. Und das ist die Botschaft der Gnade. Halleluja. Das ist die Message of Grace. Weil nur einer hat den vollen Preis bezahlt. Wie dazumals bei David und Arauna. Er ging nicht, bevor er nicht den vollen Preis bezahlt hat. Einer hat den Preis bezahlt. Und der Vater bestätigt ihn. Und er sagt uns als Gemeinde, als Church, der Leib Christi, er sagt, ihn sollt ihr hören, hearing Jesus. Halleluja. Und nothing else. Halleluja. Wir sollen Jesus hören und nichts anderes. Und Jesus in jeder Geschichte, selbst im Neuen Testament, in den Evangelien, in jeder Geschichte, jede Geschichte ist auch ein Bild und ein Zeichen unserer Erlösung. Erinnerst du dich an dieses erste Wunder von Jesus in Johannes 2? Rat dir mal, was es war. Wasser zu Wein, ganz genau. Hast du die Geschichte schon mal gehört? Er verwandelt Wasser zu Wein. Und die Bibel sagt, das war das erste Wunder, das Jesus tat. Johannes 2, dort finden wir das. Die Verwandlung von Wasser zu Wein. Nun, bis anhin dachte ich immer, wow, so cool, diese Verwandlung, was für ein Zeichen, was für ein Wunder. Aber das ist schlussendlich ein Bild des Erlösungswerkes Jesu. Denn hast du gewusst, dass Jesus nicht Trinkwasser verwandelt hat. Die Krüge, die dort standen, die standen dort, nicht, dass sich die Leute ab und zu nach 15 Flaschen neutralisieren konnten. Leber durchspülen, würde man sagen. Das waren keine Trinkwassergefässe, sondern das waren Reinigungsgefässe zur rituellen Reinigung, welche immer bereitgestellt waren für die Juden. Also die sechs Krüge, die da standen. Und Jesus sagte, füllt die Krüge bis oben hin. Diese sechs Krüge, das waren keine Trinkwasserkrüge. Das war auch nicht das Lavabo oder die Toilette, sondern das war Wasser zur rituellen Reinigung. Den religiösen Juden glauben, wann immer wir unterwegs sind, was immer wir machen, wir könnten ja irgendetwas Unreines anfassen. Zum Beispiel sind wir auf dem Markt und wir schauen da durch und wir schauen diese wunderbaren Stoffe durch, der arabischen Händler und bumm, oh, wir haben einen Schinken berührt. Weil der Schinken neben dem Fahnen hängt. Und du gehst durch und bumm, ich habe Schinken gesehen, gerochen und berührt. Was macht man jetzt? Man muss sich reinigen. Aus der Tradition der Überlieferung der Satzungen der Ältesten und das ist nicht die Tora, sondern das ist der Talmud, war es so, dass sie sich immer konstant reinigen mussten. Wo immer sie waren, sie mussten wieder nach Hause kommen und sie mussten sich mit dem Reinigungswasser reinigen. Jesus nimmt dieses Reinigungswasser und er macht daraus Wein. Und das ist ein grossartiges Bild unserer Erlösung. Denn Jesus sagt damit und spricht damit durch Zeichen in Bildsprache. Er sagt, ich bin der neue Wein. und der Gastgeber, also der Hotelier, er kostet dann den Wein und er sagt, der beste Wein am Schluss, das sind wir uns nicht gewohnt, weil wir füllen sie zuerst ab. Mit dem Besten. Der beste Wein kommt am Schluss, sechs Krüge, voll Wein, nicht mehr voll Wasser, voll Wein, mit Wein kann man sich nicht mehr reinigen. Mit Wein kannst du dir nicht mehr die Hände waschen. Jesus gibt ihnen ein Zeichen und er sagt, wenn der neue Wein in eure Gefässe kommt, dann seid ihr für immer rein und ihr braucht euch nie mehr zu waschen. Halleluja. in der rituellen Waschaufforderung und in der rituellen Waschvorschriften der Juden. Er sagt, der neue Wein ersetzt das alte. Halleluja. Der neue Wein kommt und mit neuem Wein kann man sich nicht mehr waschen, weil man durch den neuen Wein schon gewaschen ist. Deswegen sagt er, deswegen sagt er dem Petrus, als er die Füsse der Jünger wäscht. Erinnerst du dich an die Geschichte in Johannes 13? Er wäscht die Füsse der Jünger. Ganz interessant, er hat alle Füsse gewaschen, sogar die vom Judas. Denn er hat allen Jüngern die Füsse gewaschen. Und das ist in der Nacht, wo er vom Judas verraten wird. Und er wäscht sogar noch die Füsse des Judas. Diese christliche Tradition hat uns immer weiss gemacht, Judas, das ist dieser Teufelskerl. Dieser Sohn des Verderbens. Dieser teuflisch belastete Mensch. Und es muss ja ein Ende nehmen in der Hölle mit ihm. Jesus hat ihm die Füsse gewaschen. Weisst du, wie viele Möglichkeiten Jesus dem Judas gab, umzukehren? Und selbst nachdem Judas Jesus verraten hat, reute es Judas, er brachte die 300 Silberlinge zurück zu den Hohepriestern, er realisiert, was er getan hat, und er sagt, ich will das nicht mehr, ich habe einen schrecklichen Fehler begangen, aber sie konnten es nicht annehmen. Und was ist das Nächste, was Judas tut? Er geht und tut was? er erhängt sich, oh, hätte er doch bloß ein paar Stunden zugewartet. Denn nach ein paar Stunden wurde ein anderer gehängt für die Sünden der Menschheit. Und zwar Jesus wurde ans Holz gehängt. Kein Grund, sich, wenn jemand am Holz hängt, sich selber zu erhängen, weil hätte er bloß ein paar Stunden gewartet. Siehst du, Judas unter dem Gesetz Selbstgerechtigkeit, er wollte den Preis selber bezahlen. Judas wollte den Preis selber bezahlen und seine Selbstgerechtigkeit, weil er keine Hoffnung hatte, trieb ihn dazu, sich zu erhängen. Hätte er ein paar Stunden gewartet, wäre ein anderer gehangen und er hätte Erlösung empfangen können. Denn Jesus ist für die gesamte Menschheit gestorben. Für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Das ist, was Selbstgerechtigkeit, wie weit einem Selbstgerechtigkeit treibt. Siehst du, selbst Eigenes zu tun, Eigenes machen zu wollen, Eigenes zu vollbringen, selber den Preis zu bezahlen. Wie viele Leute denken, auch heute noch, ich muss den Preis bezahlen für meine Fehler der Vergangenheit. Mein Freund, Jesus hat den Preis bezahlt. Und zwar nicht nur für deine Fehler der Vergangenheit, Jesus hat den Preis bezahlt für deine Fehler, die du gerade jetzt machst, indem du vielleicht einen schlechten Gedanken über mich hast. Was will der junge Mann hier mir sagen? Er soll zuerst mal 75 werden, oder 55. Was will der junge Mann hier mir sagen? Jesus reinigt dich gerade jetzt, in der Gegenwart. Und, Halleluja, er hat dich preist dem Herrn, er hat dir für dich den Preis bezahlt, bis in eure Ewigkeit, bis zum letzten Tag deines Lebens. Vergangene gegenwärtige und zukünftige Sünden sind am Kreuz vergeben. Halleluja, das ist das christliche Leben. Wir leben als Vergebene. Und nicht nur ist uns vergeben, uns ist auch neues Leben gegeben. Halleluja, es ist uns vergeben und durch Vergebung wurde uns gegeben. New life in Christ. Halleluja, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, zurück zur Fusswaschung. Erinnerst du dich, wie Jesus ihn die Füsse wäscht? Und Petrus sagt, oh nein, 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 du, du, mir, das machen? Ah, come on, das mache ich mir selber. Jesus sagt, nein, 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 du weisst nicht, was du redest, lass mich das jetzt tun. Und dann wird es ihm so wohl, dass er sagt, ein Vollbad, Jesus, lass mir ein Vollbad ein. lass mir ein Vollbad ein, lass mich, lass mich gleich baden. Wenn du das schon machst, was sagt Jesus zu ihm? Wer gewaschen ist, bedarf nicht mehr eines Vollbades, auf Jahr 2014 deutsch übersetzt, sondern nur noch, dass ihm die Füsse gewaschen sind. Jesus sagte nämlich zu seinen Jüngern vorher, nachher sagte er ihnen in Johannes 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Wie reinigt uns Gott? Gott reinigt uns auf einen Schlag, durch das wir Jesus annehmen. Am Tag der Wiedergeburt sind wir ein für alle Mal gereinigt worden. Und das, was Gott rein gemacht hat, sollen wir nie mehr als unrein erklären. Erinnerst du dich in Apostelgeschichte 10 und Vers 11, Petrus in Joppe, das ist Jaffa, ist gleich neben Tel Aviv, auf dem Hausdach. Als er dort auf dem Hausdach ist und er ist am Beten und er ist ein wenig am Fasten und er bereitet sich für das Mittagessen vor, er wird hungrig und er will eigentlich jetzt schon zum Mittagessen gehen und in dem Moment hat er eine Vision, er fällt in eine Verzückung. Und der Herr offenbart ihm das und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäss zu ihm herabkommen, wie ein grosses leinenes Tuch. Leinen steht in der Bibel immer für Gerechtigkeit. Das Leinengewand, in Offenbarung heisst es, der Heiligen, die leinenen Gewänder der Heiligen ist ihre Gerechtigkeit. Halleluja! Wenn du Leinen siehst in der Bibel, siehst du Righteousness, siehst du Gerechtigkeit. Wenn du Wolle siehst, siehst du Gesetz. Leinen steht, siehst du, jedes Metall, jeder Stoff, jede Farbe, jeder Geruch, jeder Stern am Himmel, jedes Sandkorn am Boden hat eine Bedeutung. Denn Gott hat diese Schöpfung nichts und in dieser Schöpfung nichts dem Zufall überlassen. Du kannst nach dem Boden schauen, auf den Sand und es erinnert dich an die Verheissung Abrahams, stimmt's? Ich will dich vermehren wie der Sand am Meer. Das ist das natürliche Israel, das Israel nach dem Fleisch, das heutige Israel. Die Juden wie Sand am Meer. Aber ein andermal sagt er, ich will dich mehren wie die Sterne im Himmel. Das ist das Geistliche. Halleluja! Das ist der Leib Christi. Das ist in Christus alle von Neuem Geborenen. Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist das himmlische Israel. Das ist das Israel Gottes. Sterne im Himmel sind alle der ganze Leib Christi. Sand am Meer ist das heutige Israel. Hat sich nicht beides erfüllt? Beides hat sich erfüllt. Gott tut etwas unter seinem Volk im Staat Israel bis zum heutigen Tag und darüber hinaus. Und Gott hat etwas mit seinem himmlischen Israel getan. Mit seinem Israel nach dem Herzen. Das ist der Leib Christi. Das sind alle Wiedergeborenen. Denn in Christus Jesus gibt es weder Mann noch Frau noch Heide noch Jude. Sondern alle sind eins. Halleluja! in Christus werden alle Grenzen abgebaut. Deswegen als wir Pastorabi aus Israel hier hatten vor ein paar Wochen war es nicht gewaltig die Zeugnisse die er erzählt hat wie er mit arabischen Pastoren auf den Mark geht und das Evangelium verkündet. Die interessiert das nicht mehr ob sie Juden sind oder Araber sie alle sind eins in Christus. Halleluja! Und genau so schaut er uns heute an. Wir sind eins in Christ. Wir haben einen himmlischen Bürgerrohr. Und hier sagt er er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäss zu ihm herab kommen wie ein grosses leinenes Tuch als das Tuch redet von Gerechtigkeit das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Vers 12 Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels und das sind all die Tiere hier beschrieben die die Juden nicht essen dürfen denn es gibt Speisevorschriften im Alten Testament in den Büchern Mose sehen wir die Speisevorschriften diese Art von Tier essbar diese Art von Tier eigentlich auch essbar aber für euch ungenies bar okay eine ganze Liste was sie essen sollen was nicht nächste Vers und eine Stimme sprach zu ihm steh auf Petrus schlachte und isst den Speck und Petrus noch nicht so lange im Glauben erst ein paar Jahre er hat noch so viel Tradition aus dem Judentum das ist sogar Paulus sagt an einem Ort dass er heuchelt und mit den Heiden er sagt Paulus Paulus ist sehr direkt manchmal sehr direkt und er sagt du Petrus du der du mit den Heiden Speck und Schinken beim Breakfast nimmst und den anderen sagst sie sollen jüdisch leben you 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 are you are nonsense du bist ein Heuchler ok du bist ein Heuchler wenn du das tust schau an wie ihm Gott es offenbaren wollte was einmal rein ist ist immer rein steh auf schlachte iss und Petrus was sagt er Vers 14 keines weges her denn ich habe noch nie etwas gemeines oder unreines gegessen etwas das nicht rein ist siehst du Jesus hat sich daran gehalten Petrus hat sich daran gehalten immer koscher hat sich immer daran gehalten und sogar noch danach als er christ wurde messianisch gläubig wurde hat er sich immer noch an die Vorschriften gehalten Petrus hat nicht das Evangelium der Gnade gebracht von wem haben wir das Evangelium der Gnade von Paulus von wem hat es Paulus von Jesus direkt denn er sagt in Galater im ersten und zweiten Kapitel niemand musste mir helfen das herauszufinden ich musste auch nicht in die Schule des Gamaliel sondern ich habe eine Offenbarung von oben bekommen the gospel of grace das Evangelium der Gnade jetzt schauen wir an was er weiter sagt Vers 15 er sagt ihm eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm was Gott gereinigt hat das halte du nicht für unrein für gemein andere Übersetzungen sind hier noch etwas genauer ausgedrückt was Gott gereinigt hat das halte du nicht für unrein wenn dich Gott einmal gereinigt hat durch sein kostbares Blut den vollen Preis bezahlt hast bleibst du bist du gereinigt und wir waschen uns lediglich die Füsse Sonntag für Sonntag Halleluja wenn wir zusammenkommen hörst du durch das Wort das gepredigt wird hörst du was Jesus getan hat und es ist wie eine Fusswaschung wenn du hörst Jesus hat dir all deine Sünden vergeben vergangene gegenwärtige und zukünftige es ist das Wasserbad im Wort Halleluja wir ermuntern uns wir ermutigen uns immer wieder an Jesus und schauen sein vollkommenes Werk an und nicht unsere Unvollkommenheit in den meisten Kirchen hörst du das was du ändern musst und was du nicht richtig machst das ist was du in den meisten Kirchen hörst was du verändern musst und was du nicht richtig gemacht hast was du falsch machst und was du musst in deinem Leben changen verändern hier hörst du das nicht sondern hier hörst du was Jesus für dich verändert hat ausstatt mich so kritisch anzuschauen solltet ihr dankbar sein lasst uns darüber hören was Jesus für uns alles verwandelt und alles verändert hat was er für uns getan das ist was er für uns getan hat was Gott gereinigt hat das halte du nicht mehr für unrein Halleluja once and forever once and for all gereinigt Halleluja gerechte siehst du leinendes Tuch das sind all die falschen Tiere sind in diesem Tuch hier sind nicht die richtigen Tiere im Tuch die die sie essen dürfen okay hier sind nicht die Tiere die sie verspeisen dürfen in diesem Tuch sondern in diesem Tuch sind all die anderen die sie nicht anfassen sollten deswegen wenn sie etwas unreines anfassen würden oder wenn sie einen Toten anfassen würden dann müssten sie sich sofort nicht nur aus Hygienezwecken sondern sie müssten sich rituell reinigen weil ihre Bibel der Talmud es ihnen vorschreibt was immer du an unreines anfasst das musst du sofort reinigen lassen in der heutigen Zeit würden wir sagen wann immer du einen Fehler begangen hast musst du immer jedes Mal Sünden bekennen und so haben wir eine Kultur erschaffen die mehr über Sünden Bekenntnis weiss Bescheid weiss in unseren christlichen Reihen als über das Bekenntnis von Gerechtigkeit denn in diesem Tuch in diesem leinenden Tuch sind die Tiere die Unreinen alle gerecht in diesem leinenden Tuch sind all die unreinen Tiere sind rein und es ist ein Bild für die Heiden schlussendlich schlussendlich zeigt Gott dem Petrus dass das Evangelium zu den Heiden kommt und dass die Heiden die nie ein Gesetz erhalten haben dass sie direkt durch das Blut Jesu rein werden und dass man niemand nie mehr sollte man sagen und vor allem du solltest es nie von dir selber sagen dass ich unrein bin hör mir gut zu Gott sagt zu dir wenn du über dich selber sagen würdest ich bin unrein dann verachtest du das was Gott gemacht hat wenn er dich für rein erklärt wer bist du um sagen zu können ich war nicht rein oder ich bin nicht rein ich fühle mich nicht rein der Grund ist warum man sich nicht rein fühlt ist weil man einen Haufen Tradition im Kopf hat und nicht die Wahrheit die dich freisetzt das ist das ist der Grund und hier ist das so entscheidende und so wichtige unsere Gerechtigkeit in Christus unser leinendes Gewand das wir anhaben denn du und ich wir haben ein leinendes Gewand angezogen Halleluja wir haben dasselbe Leinengewand an wie Jesus anhatte im Geistlichen wir haben dasselbe Gewand an wir haben denselben Mantel an wir haben das leinende Gewand an das Jesus getragen hat als er gekreuzigt wurde als die Soldaten gewürfelt haben haben sie um dieses leinende Gewand gewürfelt weil es war so kostbar sie haben es nicht zerrissen sie haben darum gewürfelt sie waren sich gewohnt die Beute zu zerteilen aber bei diesem kostbaren Leinengewand da waren sie sich unschlüssig und sie sagten nein das zerreissen wir nicht sondern da würfeln wir darunter und vier gewinnt und der der gewinnt der nimmt es mit nach Hause so kostbar ist unsere Gerechtigkeit in einem Stück ist dieses Gewand war es gewoben ohne Naht das Leinengewand Jesus sagt uns die Bibel in Johannes 19 war an einem Stück gewoben schau mal dein Kleid an deine Hose deine Bluse findest du irgendwo eine Naht jeder von uns hat Nähte aber Jesu Gewand war nahtlos an einem Stück von oben bis unten gewoben an einem Stück nahtlos so ins Detail geht die Bibel unsere Gerechtigkeit ist nahtlos Halleluja unsere Gerechtigkeit hat keinen Flick und ist nicht zusammen gebastelt sie ist nicht zusammengenäht unsere Gerechtigkeit durch verschiedene Stücke sondern deine und meine Gerechtigkeit ist an einem Stück Halleluja deswegen ganz genau komplett deine Gerechtigkeit sowie meine Gerechtigkeit die durch Christus kommt 2. Korinther 5 Vers 21 die ist komplett an einem Stück an einem Stück ist sie komplett und das bedeutet sie wird nicht dazugenäht sie wird nicht angenäht oder man kann sie auch nicht abreissen siehst du deswegen haben die haben die Soldaten sie nicht zerrissen diese Gerechtigkeit die du hast kann nicht zerrissen werden Halleluja man kann sie nicht zerreissen die Soldaten konnten sie sie nicht zerreissen der einzige der sie zureissen kann ist der Teufel in deinem Kopf er sagt das ist ein Lumpen das ist kein Lumpen sondern es ist kostbar es ist wertvoll und es ist ein einmaliges Stück mass geschneidert durch das Blut Jesu Halleluja die Bibel sagt uns denn er hat den der von keiner Sünde wusste für uns zur Sünde gemacht damit damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden siehst du unsere Gerechtigkeit hängt nicht von unserem Benehmen ab unsere Gerechtigkeit hängt nicht von unseren Verhaltensweisen ab unsere Gerechtigkeit hängt vom Tod Jesu ab Und hier habe ich Good News Jesus ist schon gestorben deswegen ist es ein Fact dass du gerecht bist und sie nie mehr verlieren kannst denn so sicher wie er gestorben ist bist du gerecht und so sicher er auch verstanden ist bist du gerecht Halleluja man kann sie nicht verlieren Millionen von Menschen beten heute Herr mache mich gerecht das ist ein Teil ihres Gebetslebens sie beten Vater ich danke dir für dies und das in meinem Leben und oftmals schliessen sie das Gebet so ab oder in der Mitte des Gebets und Herr mache mich zu einem gerechteren Menschen mache mich noch gerechter spar dir die Luft und die Zeit für diese Gebete denn du brauchst die Luft in deinen Lungen für ein langes Leben bis 120 Jahre Amen also spar dir nötige Sorgen unnötige Sorgen unnötige nicht nötige das gibt es nicht guten Morgen lieben Sorgen seid ihr auch schon alle da der Song ist zum Glück nicht von einem Lobpreis Leiter sondern von einem Unterhalter unnötige Sorgen her mach mich gerecht mach mich gerechter deine Gerechtigkeit ist so sicher wie der Tod Jesu wie die Auferstehung Jesu denn der neue Bund wann hat er begonnen war es bei der Geburt war es bei der Bergpredigt wann beginnt das neue Testament ganz sicher nicht in der Seite wo es in deiner Bibel steht denn das neue Testament beginnt nicht auf Seite 0 oder auf Seite 1 das neue Testament beginnt der Wille einer Person beginnt immer mit dem Tod einer Person dein Wille dein persönlicher Wille dein Testament lasst mich so formulieren that's fun okay einige hier drin haben ihr Testament schon verfasst einige nicht alle ich habe meins noch nicht verfasst ich sehe auch noch keinen Anlass dazu okay einige hier drin haben ihr Testament schon verfasst aber weisst du was es ist noch nicht in Kraft weil da ist ein Problem ich sagte that's fun da ist ein Problem vorhanden wir machen es etwas lustig du weisst was ich meine das Problem das nicht wirklich ein Problem ist nun für gewisse Erden vielleicht schon aber für die 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 dich wirklich lieben ist es nicht ein Problem weil der Tod ist immer ein Feind Tod ist niemals unser Freund Tod ist ein Stachel ein Feindes Stachel Bibel sagt der letzte Feind der Tod hat Jesus überwunden Tod ist nicht Freund sondern Feind nun das ist das Gute für uns für uns ist es nicht wirklich ein Sterben sondern ein Hinübergehen für wir die die Jesus haben die die Jesus haben ist es ein Schritt in die Ewigkeit von jetzt ins Ewige deswegen fürchte niemals den Tod denn die besten Jahre finden dort statt die Ewigkeit aber jetzt ist solange du lebst und du dein Testament schon geschrieben hast ist es noch nicht in Kraft weil dein Testament tritt erst in Kraft wenn du gestorben bist und so ist es mit dem neuen Bund denn das griechische Wort für Bund Testament und Wille ist ein und dasselbe Wort und die Bibel braucht alle drei Wörter Bund Testament Wille also neuer Bund neues Testament neuer Wille ein und dasselbe Wort im Griechischen deswegen der Wille einer Person das Testament einer Person tritt in Kraft bei ihrem Tod somit ist der neue Bund nicht ab Matthäus 1 in Kraft der neue Bund ist auch nicht ab Lukas 15 in Kraft sondern der neue Bund ist in Kraft als als Jesus am Kreuz hängt und ruft es ist vollbracht und der Vorhang im Tempel zerreisst und die Erde erbebt jetzt tritt der neue Bund in Kraft und die feierliche festliche Inauguration ist Pfingsten denn es ist ein Festtag Schavuot siehst du wie es mit dem amerikanischen Präsidenten oder mit Präsidenten die werden schon früher eingesetzt aber das Fest die Inauguration die ist zwei drei Monate später aber im Amt ist er am Tag von so und so November sagen wir Inauguration ist im Januar das ist die festliche Einweihung und das ist Pfingsten Pfingsten ist Schavuot das Pfingstfest der neue Bund ist aktiv beim Tod Jesu Halleluja und er besiegelt ihn mit seiner Auferstehung und Pfingsten ist die Inauguration die Einweihung die festliche feierliche Einweihung und jetzt weiss es die ganze Welt siehst du Jesu Tod steht in der Jerusalem Post Pfingsten ist jetzt in der New York Times weil es die feierliche Einweihung ist und die ganze Welt erfährt davon Denn im Obergemach sitzen sie und Mein Brausen Ein Brausen entsteht und sie alle werden erfüllt mit dem Heiligen Geist sie rennen auf die Strassen reden in neuen Zungen alle denken sie seien betrunken und die Welt beginnt zu sehen was passiert Halleluja die Welt beginnt zu sehen Denn von Jerusalem geht es in alle Welt hinaus Halleluja in alle Welt hinaus Gerechtigkeit ist etwas das in einem Stück für dich gemacht wurde Es wird weder zusammengeflickt noch irgendwann genäht Es geht auch man kann auch keinen Platz drauf tun Deswegen siehst du diese Vorstellung Oh aber Gott ich habe gesündigt ich habe verfehlt ich habe verpasst verpasst mir jetzt einen Blitz einen Flick Das ist nicht möglich denn seine Gerechtigkeit ist kein Flick sondern ein Stück Halleluja Siehst du jeder Stoff jede Farbe jede Nummer jede Buchstabe in der Bibel hat seine Bedeutung Halleluja Weisst du was der Herr sagt über unsere Gerechtigkeit Er sagt Sprüche 17 Vers 15 Schau dir das an Jetzt kommt eigentlich meine Predigt Wenn man sich vom Heiligen Geist führen lässt dann spricht man über Jesus Wenn man sich vom Fleisch führen lässt dann spricht man über alles andere Sprüche 17 Vers 15 Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt ein Gräuel für den Herrn sind sie alle beide Lass mich das erklären Wir können niemals sagen ohne Jesu Blut wirst du gerecht Ist nicht möglich Ohne das Opfer Jesu keine Gerechtigkeit Also einen Schuldigen gerecht sprechen weil er gute Werke getan hat ist nicht möglich Denn die guten Werke machen ihn nicht gerecht sondern nur das Blut Jesu Denn Schuldigen gerecht sprechen ist dem Herrn ein Gräuel Jemand hat es versucht In der gesamten Geschichte der Menschheit gibt es ein grosses Beispiel der es versucht hat sich selbst zu rechtfertigen Sein Name ist Hiob Und er hat es nicht geschafft Das berühmteste Beispiel von Selbstgerechtigkeit Der Mann hat es nicht geschafft Also Einen Schuldigen kann man nicht für gerecht erklären weil er braucht zuerst Jesus damit er gerecht wird Amen Aber hier kommt das andere und das andere ist viel wichtiger für uns heute Einen Gerechten kann man niemals für Schuldig erklären Wenn wir uns als schuldig sehen als unrein sehen vor Gott dann ist das dem Herrn ein Gräuel weil damit sagen wir raus das Blut und der Preis Jesu reicht nicht aus Er reicht nicht aus Der Preis den Jesus bezahlt hat war nicht der volle sondern nur der halbe Wenn wir Gerechte und wenn wir in Jesus sind haben wir seine Gerechtigkeit bekommen siehst du established in righteousness ist das wichtigste das du verstehen musst im neuen Bund established gegründet auf Gerechtigkeit ist das wichtigste das du kennen musst im neuen Bund dass du bist seine Gerechtigkeit geworden his righteousness nicht deine eigene und wenn du dich jetzt weil du das von ihm geworden bist als ungerecht oder unrein oder schuldig erklärst ist das dem Herrn ein Gräuel und der sagt weswegen ist dann mein Sohn gestorben hat er nicht den vollen Preis bezahlt der Teufel will dir immer wieder weiss machen dass gewisse Dinge stimmen noch nicht bei dir und du bist noch nicht komplett aber Jesus sagt du bist komplett weisst du was die wir nennen das oftmals so das Evangelium ist doch die good news die frohe Botschaft stimmt das ist das Evangelium im Englischen sagt man the gospel is the good news good news von was schau das ist so cool ich sage zuerst in Englisch und dann in Deutsch the good news is that the bad news is wrong die gute Nachricht ist dass die schlechte Nachricht des Teufels falsch ist that's the good news wenn der Teufel dir sagt du bist noch nicht komplett und dir fehlt noch das und Gott muss noch das hinzufügen in deinem Leben nein das Gewand ist nahtlos an einem Stück das unter Gewand Jesu das leinende Gewand Jesu denn er hatte ein teures Stück an und reiche Männer hatten nur Leine an und keine Wolle deswegen siehst du im Lazarus Lukas 16 die Geschichte von Lazarus der reiche Lazarus der Lazarus und der reiche Mann der Mann hatte ein Leinengewand an weil er ein reicher Mann war kostbare Stücke sind immer Leinen das Untergewand ist Leinen weil es kühlt Halleluja Grace is cool man yo man Grace is cool man yo yo come on yo Grace is cool Grace kühlt Gerechtigkeit kühlt dich von der Hitze des Gefechts schuldig zu sein von der Hitze die dir der Teufel manchmal entgegen bringt von der Hitze des Gefechts es wird dir unwohl wenn der Teufel kommt und dich anklagt deine Seele sie zieht sich zusammen sie ist nicht offen man spürt Amen man spürt diese Verurteilung diese Schuldhaftigkeit in sich und der Teufel macht einem weiss man ist schuldig und man hat noch nicht genug getan und du wirst auch das nicht erfüllen der Teufel tut zwei Dinge entweder sagt er dir das was du gemacht hast war nicht recht und wenn du etwas gemacht hast sagt er dir es war nicht genug kennst du das er sagt ihr entweder das was du gemacht hast das was du produziert hast ist nicht gut du hast zu wenig gut gepredigt am Sonntag wenn ich sage nein ich habe gut gepredigt Teufel dann sagt er mir aber du hast zu wenig gepredigt zu wenig lang er sagt dir entweder was du machst war nicht gut genug und wenn du etwas machst sagt er dir es war zu wenig du musst mehr machen du musst mehr für Gott machen du musst mehr für Gott machen du musst mehr für ihn tun du musst mehr du musst du musst du musst kennen wir das er kommt mit dem Gesetz aber Christus hat die Handschrift die gegen uns war das Gesetz zehn Gebote wurden mit der Hand geschrieben ans Kreuz geheftet Halleluja jetzt zurück zu dieser Gerechtigkeit diese Gerechtigkeit die wir haben ist die Good News und die Anklagen des Teufels sind die Bad News und der Herr sagt dir die Good News ist dass die Bad News falsch ist thank you Jesus erkläre dich nie für ungerecht erkläre dich nie für unrein erkläre dich für gerecht und jetzt kommt das ins Spiel was so so wichtig und entscheidend ist siehst du dieses Wort erklärt Erklären ist deklarieren Erklären ist bekennen ist aussprechen speak it speak your righteousness erkläre deine Gerechtigkeit die meisten Menschen die meisten Christen sind trainiert worden Sünden zu erklären und die wenigsten haben es gelernt regelmässig Gerechtigkeit zu deklarieren und genau das ist es in dem Moment wo ich gesündigt habe deklariere ich meine righteousness meine Gerechtigkeit und das ist mein Sünden Bekenntnis Halleluja das ist was der Herr möchte er will dass wir erklären konstant ich habe ein nahtloses Gewand ich habe ein nahtloses Kleid ich bin in Christus Jesus bin ich die Gerechtigkeit ich bin seine Gerechtigkeit denn siehst du dieses Wort Gerechtigkeit das Verb gerecht sein im Griechischen ist dieses Verb von gerecht sein hat zwei Bedeutungen diako hat zwei Bedeutungen lasst mich schauen ob ich es richtig sage dikai das war ein anderes griechisches Wort dikai dieses Wort hat zwei Bedeutungen gerecht sein gerecht das Verb im Griechischen hat zwei Bedeutungen Nummer eins gerecht sein to be righteous gerecht sein Nummer zwei dikai yo declare righteousness declare righteous deklariere Gerechtigkeit das Wort Gerechtigkeit hat zwei Bedeutungen deswegen sehen wir es hier der Gerechte erklärt er spricht er bekennt seine Gerechtigkeit und das ist in dem Moment wo wir aufhören zu deklarieren und zu bekennen und auszusprechen dass wir gerecht sind in dem Moment wo wir das aufhören wird Gnade blockiert in unserem Leben denn wenn wir aufhören zu bekennen dass wir gerecht sind fallen wir automatisch früher oder später zurück in unsere eigenen Werke das Bekenntnis ich bin gerecht hilft dir und mir uns immer wieder auf ihn auszurichten I am his righteousness ich bin die Gerechtigkeit in Christus ich bin Gottes Gerechtigkeit und Gunst kann fliessen erinnerst du dich wie Jesus als er verhaftet wurde dort im Garten Petrus war bei ihm und sie sind kurz davor ihn zu verhaften erinnerst du dich wie Jesus zu Petrus sagt Petrus ist bereit zu kämpfen hat schon ein Ohr abgehauen und wie Jesus zu ihm sagt stopp 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 denkst du nicht ich könnte den Vater bitten und er würde mir zwölf Legionen Engel würde er mir senden Jesus hatte so viel Gunst in seinem Mund dass uns die Bibel sagt Lukas 4 22 er hatte so viel Gunst in seinem Mund dass uns die Bibel sagt die Menschen verwunderten sich was für Gnade aus seinem Munde kam und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte of Grace die aus seinem Munde kamen alle wunderten sich wow wenn dieser Mann den Mund auftut da kommt Gnade Gnade und Gnade ist Gunst in seiner Definition ist Gnade unverdiente Gunst sie wunderten sich darüber wow was für eine Gunst siehst du deswegen sagte Jesus ich könnte soeben jetzt nach zwölf Legionen Engeln bitten der Mann hatte solche Macht in seinem Mund so viel Gunst in seinem Mund dass uns die Bibel sagt dass er beim Verhör schweigen musste erinnerst du dich als er vor Pilatus steht er sagte kein Wort kein Wort Jesus schwieg Pilatus wollte ihn freigeben ein Wort hätte Jesus von Jesus genügt ein Wort hätte genügt und Pilatus hätte ihn freigegeben nicht weil Pilatus so viel Macht hat weil Jesus sagt ja du hast gar keine Macht es sei dir es wäre von oben gegeben nicht weil es der King Pilatus ist sondern weil Jesu Worte so viel Macht hätten ein Wort von ihm und er wäre freigekommen deswegen musste er schweigen weil da war so viel Gunst unter seinen Lippen dass wenn er bloß bitten würde boom die Dinge würden geschehen Jesus sprach ein Wort und Menschen wurden geheilt boom so viel Gunst in seinem Mund er musste schweigen er musste schweigen denn hätte er geredet wäre er freigekommen er aber hast du es auch schon gelesen unzählige Orte in den Evangelien wie es heisst und er schwieg er schwieg er sagte kein Wort weswegen da war Kraft in seinem Mund weisst du was es für Kraft war es war die Kraft eines Gerechten wenn Jesus gesprochen hat schau was passiert ist Psalm 5 Vers 13 schau was passiert ist als Jesus sprach denn du her segnest den Gerechten du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild der Gerechte hat so viel Gunst dass wenn er spricht und seinen Mund auftut und seine Gerechtigkeit deklariert dass dies wie ein Schild um ihn herum wirkt als Jesus den Mund auftat als sie kamen die Soldaten bewaffnete Soldaten waren das schwer bewaffnet kamen sie um ihn wie einen Räuber abzuholen sie sagten bist du Jesus er öffnete seinen Mund ich bin's boom alle fielen auf den Boden stimmt's als er sagte ich bin's shield captain america ding kom ihr lacht und ihr wisst ja nicht einmal wer captain america ist batman kennt ihr langsam und iron man frag samuel der kennt alle filme weisst du was sagen wenn ich eine fliegesterben sehe im film dann ist das schon viel zu viel für mich deswegen schaue ich keine spielfilme an aber captain america ist der mit dem schild stimmt's der mit dem runden schild und dem stern als jesus sprach ich bin's alle wichen zurück und fielen zu Boden seine worte strahlten einen schild aus wenn du worte der gnade sprichst und der gerechtigkeit dann strahlt das einen schild aus halleluja es ist ein schild unseres glaubens denn der schild unseres glaubens ist richtig zu glauben das ist was joseph prinz in seinem buch beschreibt da gibt es ein kapitel was ist die waffen rüstung gottes ist nicht der batman anzug das sagt er im buch seid ihr schon dort ist nicht der anzug sondern es sind die worte die wir aussprechen es ist der glaube den wir haben die waffen rüstung ist unser richtiger glaube den wir haben dass Gott ein guter Gott ist und als jesus sprach war dieser schild da und dieser schild beschützt den und jetzt weisst du wir haben es schon gelesen wir sind seine gerechtigkeit das bedeutet wir haben dieselbe gerechtigkeit wie er wenn wir dieselbe gerechtigkeit wie er haben dann haben wir dieselbe power in unserem mund wenn wir dieselbe gerechtigkeit haben wie er denn es heisst du segnest den gerechten dann ist dieselbe kraft in unserem mund schau dir das an psalm 45 vers 3 psalm 45 vers 3 du bist schöner als die menschenkinder das ist jesus gnade ist ausgegossen über deine lippen darum hat gott dich gesegnet auf ewig halleluja wie kommt der segen in unser leben durch das opfer jesu und durch das das wir konstant bekennen ich bin gottes gerechtigkeit grace on his lips gnade auf seinen lippen und der her gott hat ihn gesegnet auf ewig ausgegossen schau dir das an sprüche 10 vers 32 die lippen des gerechten speak grace die lippen des gerechten verkünden gnade aber der mund der gottlosen verkündet verkehrtes deine lippen dein mund öffne ihn deklariere halleluja da gibt es jeden tag etwas zu deklarieren danke vater dass heute die gunst gottes mit mir ist danke vater dass ich deine gerechtigkeit bin danke vater dass ich gesegnet bin weil ich gerecht gemacht bin danke vater wohin ich gehe die meetings die ich habe in der schule wo ich bin die prüfung die ich zu leisten habe die geschäfts meetings die kunden die ich am draht habe danke vater deine gunst ist auf mir deine gunst folgt mir nach deine gunst jagt mir nach ich bin deine gerechtigkeit die aufträge gehören mir amen die aufträge gehören mir und wenn ich sie bekomme gebe ich sie weiter dir amen das ist der weg gunst konfess bekenne dass du begünstigt bist sage nicht meine eigene kraft hat das gemacht er sagt uns sogar er warnt uns sogar zu sagen das oder das eben nicht zu sagen schau dir an im 5. mose 8 abvers 13 ist es ja und deine rinder und schafe wenn sie sich mehren so heisst es vorab und dein silber und gold sich mehren und alles was du hast sich mehren Gott ist ein Gott der vermehrung halleluja Gott will dass du vermehrst Gott will dass du vollstand hast Gott will dass du reich bist Christen müssen nicht versuchen reich zu werden sie sind es schon halleluja weil 2. Korinther 8 Vers 9 sagt er wurde arm und uns um unsere willen damit wir durch seine Armut reich sein würden Vers 14 schau dir das an nächste Vers damit nicht dann dein Herz sich überhebt nach was nachdem sich alles vermehrt hat und du den Herrn deinen Gott vergisst der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat aus dem Haus der Knechtschaft Vers 15 ihn der dich durch diese grosse und schreckliche Wüste geleitet hat wo feurige Schlangen waren und Skorpione und Dürresland ohne Wasser der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ nächste Vers der dich in der Wüste mit Manna speiste von dem deine Väter nichts wussten um dich zu demütigen und zu prüfen damit er dir am Ende Gutes tue 17 und damit du nicht in deinem Herzen sagst meine Kraft und meine Stärke meiner Hände hat mir diesen Reichtum verschafft er sagt uns wir sollen niemals sagen meine eigene Kraft hat mich dazu geführt all diese Vermehrung zu erwirtschaften hör mir gut zu es war Gottes Gunst Halleluja sag nie es war meine Kraft ja du magst vielleicht die richtigen Dinge getan haben du magst vielleicht die richtigen Geschäftsbeziehungen gehabt haben die richtige Firma gegründet haben aber sag nie es war meine Kraft meine Hand meine Stärke es war Gottes Gunst und solange wir dies anerkennen Halleluja wird Gunst fliessen 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 Gunst wird fliessen Gunst wird fliessen Gottes Gnade wird fliessen in dem Moment wo wir sagen das war unsere eigene Leistung erklären wir seine Gunst für Ungültige wir sollen seine Gunst nicht verwerfen wir sollen seine Gnade nicht verwerfen er hat das getan Halleluja zum Schluss schau dir das an dieses Wort Gerechtigkeit bedeutet nicht nur dass man gerecht ist sondern dass man Gerechtigkeit deklariert sprich konstant aus ich bin Gottes Gerechtigkeit wenn der Teufel dich versucht dich angreift dich schuldig spricht sag mit deinen Worten ich bin die Gerechtigkeit Gottes Gottes Gunst ist auf meinem Leben Gottes Gnade ist auf meinem Leben ich bin seine Gerechtigkeit Römer 10. Kapitel Vers 4 bis 6 schau dir das an denn Christus ist das Ende des Gesetzes Punkt Christus ist das Ende des Gesetzes du und ich sind nicht mehr unter den 10 Geboten Jesus ist das Ende weil er sie erfüllt hat er ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden der glaubt Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt so wie kam Gerechtigkeit aus dem Gesetz der Mensch der diese Dinge tut tun 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 ich halte seine Gebote ich befolge seine Gebote ich tue und ich werde gesegnet das ist via Mose aber Jesus ist nicht Mose und Gott sagt auf dem Berg der Verklärung hört Jesus nicht Mose nicht Elia Schau an Vers 6 aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so siehst du die Gerechtigkeit des alten Bundes des Gesetzes musste tun 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 aber die Gerechtigkeit aus Glauben sie spricht das ist das Prinzip unter dem neuen Bund deklarieren wir Jesus du bist mein Herr und Erlöser Amen du bist errettet unter dem neuen Bund deklarieren wir Jesus du bist meine Gerechtigkeit du bist gerecht unter dem neuen Bund deklarieren wir Jesus danke für all deine Gunst am heutigen Tag und Gunst wird kommen unter dem alten Bund musstest du das richtige tun damit du seine Gunst hast unter dem neuen Bund gehst du jeden Tag an danke Vater dass Gunst heute da ist und Gunst wird da sein Jesus hatte diese Macht in seinem Mund und was immer Jesus sprach passierte Halleluja was Jesus sagte passierte weswegen passierte was er sagte weil er gerecht war nun wenn wir dieselbe Gerechtigkeit haben passieren auch die Dinge die wir sagen halte das gute Bekenntnis aufrecht halte das Bekenntnis der Gerechte erinnere dich immer an diese Stelle der Gerechte spricht über seine Gnade der Gerechte spricht über Gunst speak favor spreche Gunst über dein Leben über deine Kinder über deine Enkelkinder speak grace speak favor rede Gunst Halleluja und rede vor allem auch Gunst wenn sie es nicht verdient haben denn das ist all das was Gunst ist Gott spricht vor allem dann Gunst über uns aus wenn wir sie nicht verdient haben wenn wir alles falsch gemacht haben sagt er und trotzdem bist du gerecht und verlierst nicht diese Gerechtigkeit weil es ist in einem Stück Halleluja der Mensch der diese Dinge tut wird leben das ist das Gesetz aber geredet bekennt deklariert Halleluja ist bekennen ein Werk bekennen ist ein Akt des Glaubens Halleluja und so wie wir letztes Mal angeschaut haben dass wir den Vater nur noch bitten sollen bitte und er wird es dir geben sind das diese zwei Hauptdinge die uns in unserem Grace Leben begleiten was begleitet uns in unserem Grace Leben zwei Dinge noch bitte den Vater jeden Tag das ist das was wir von unserer Seite her tun bitte dem Vater jeden Tag um etwas und er wird es dir geben und rufe das was nicht ist dass es wird speak your righteousness speak favor spreche deklariere Gunst und Gerechtigkeit Halleluja confession bekennen hat unter Grace nie aufgehört never ever auf der anderen Seite machen wir das nicht zu einem Werk wo wir uns den Wecker stellen und alle 15 Minuten eine Liste hervornehmen don't do it spirit led durch den Geist geführt sein dann wenn der Heilige Geist dir etwas in den Sing bringt speak it out dann wenn der Heilige Geist dich an diese Message erinnert wenn er dir mein Gesicht zeigt denke etwas Gutes dann wenn du eine Predigt hörst und du hörst einen Satz hör ihn nicht nur speak it out wenn du diesen Satz das allererste mal hörst erkläre nicht für unrein was Gott gereinigt hat und du sagst wow wow ich bin überwältigt ergriffen offenbart erleuchtet was Gott hier sagt hör es nicht nur speak it speak it out sage danke her ich werde nicht mehr für unrein nennen was du reingemacht hast danke dass ich rein bin und nie mehr unrein speak it out oh kannst du sehen um was es geht heute morgen auf der einen Seite bitten wir den Vater und auf der anderen Seite speak it speak it deklariere es wenn der Gerechte sich für schuldig erklärt ist es dem Herrn ein Gräuel der Gerechte Gerechter erklären als Gerechter erklären und niemals als Schuldiger als Jesus in der Wüste versucht wurde vom Teufel der Teufel wollte ihm Schuldgefühle geben er wollte ihn verhindern Jesus tat seinen Mund auf es steht geschrieben es steht geschrieben es steht geschrieben und dann deklariert er was geschrieben stand Halleluja dieselbe Macht die in seinem Mund war weil er ein Gerechter war ist in deinem Mund weil du seine Gerechtigkeit empfangen hast dieselbe Gunst die in seinem Mund war und Gunst eintrat als er aussprach ist jetzt in deinem Mund Halleluja morgen früh will ich dass du anders zur Arbeit gehst Amen kannst du mir versprechen dass du dir mindestens Mühe gibst morgen wenn du aufstehst dass du sagst Gottes Gunst ist mit mir danke Herr dass ich deine Gerechtigkeit bin danke dass ich dein Gerechter bin durch Jesus Christus danke dass das Blut mich reingemacht hat egal was für einen Traum du gehabt hast come on egal was für ein Traum ob trocken oder feucht egal come on Leute leiden unter Schuldgefühlen wenn sie Dinge passieren in ihrem Leben egal was du bist jetzt warst so gut oh man Ehebereicherungstage kommen come on der Teufel will uns als schuldig erklären das kann er nicht mehr wenn wir wissen wer wir sind Amen haben